Ich manipuliere deine Seele! Hey, ho Leute, willkommen zurück zu meinem Let's Play von... Oddworld! New and Tasty! Aha, ich hab's mir mal gemerkt, ich hab's mir gemerkt! Wir sind jetzt hier immer noch dabei, die Viecher und die Fein hier zu bemörsern und zu sterben. Nach 17 Sekunden, das ist natürlich richtig cool. Das ist jetzt eine neue Aufnahme-Session. Wie man ja heutzutage sagt. Hey, da will ich! Okay. Und ich habe bessere Laune. Trotz meines Versagens gestern. Ich muss da hoch. Wie mach ich das? Am blödsten. Das Vieh wird doch wach. Ah, okay, es schläft noch. Das ist die falsche Taste. Gott sei Dank muss ich mir das nicht merken. Ah, das Problem ist, wenn ich da jetzt runtergehe, das Vieh wird definitiv wach, weil ich glaube, Ape kann nämlich nicht leise nach unten. Ich mach mal so ein Quick-Safe. Yeah. Wir probieren's mal. Ich muss hier... Ja, ja, nee. Das war so klar. Okay, wir laden. Mabelhaus. Ah, ah, ah. Ah, ja, 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 ja. Ach, sie... Au. Okay. Äh, ich weiß schon gar nicht mehr, wo wir dieses komische Dings hatten. Der lebt ja noch, die Sau. Lulululululul. Ach, scheiße, die Federmäuse. Ich hab's geschafft. Ich bin ja so gut. Vielleicht war gestern wirklich einfach nur meine Konzentration weg. Das kann ja sein. Ich wollte das nicht tun. Ja! Ich trinke mal einen Schluck Kaffee nebenbei. Ist das nämlich relativ früh noch? 14 Uhr, aber egal. Ist das früh? Ich trinke ja sowieso immer Kaffee. Jeden Tag. 200 Mal. 200 Tassen am Tag. So, und da drüben, ich glaube, da drüben ist ja, also auf der anderen Tür ist ja das schwere Zeugs. Oder ist hier das schwere? Nee, hier waren wir noch gar nicht. Was ist denn das hier? Okay, das wird seinen Sinn haben, warum das da ist. Warum das da ist. Und hier kann ich's wahrscheinlich auch. Das ist ja fies. Da muss ich ja drüber springen. Na gut, wir räumen mal. Habe ich mich erschrocken. Nein! Folgt mir, stirbt. Ist mir egal. Ich lass die alle sterben. So, da oben ist auch schon der Hebel für das Dings. Ganz schnell zwischenspeichern und ganz schnell springen und rollen. Ich hab mich selbst getötet. Verdammte Angst. Nee, das ist ein ganz böder Save. Moment, die sollen mich mal nochmal töten, glaube ich, oder? Wenn noch was lebt, ist es hoffentlich jetzt gleich tot. Ich mach mal einen Zwischenspeichern. Ich guck mal unauffällig. Hallo? Lebt noch was von euch? Ihr seid alle tot, oder? Uah! Gut, ich habe alle getötet. Ich habe alles ermordet. Das Übliche. Ach nee, Moment. Hier rüber? Nein! 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 Au! Ah! Gut, dass ich immer Zwischenspeicher. Gut, okay, das Vieh wird mich nicht angreifen. Ich glaube, das will mich nur locken. Du lockst mich doch in eine fiese Falle, du Drecksvieh. Okay, das ist scheiße. Ah! Nicht schon wieder. Nicht so... Nicht am frühen Morgen. Uff, 14 Uhr. Wie kriege ich das Vieh da weg? Hier gab es aber auch nur irgendwo Fleisch. Das Problem ist, da ist eine Falle. Ich habe eine Idee, was ich machen muss. Nein, habe ich nicht. Obwohl, wenn ich da stehen bleibe... Und dann hoch und dann springe. Okay, Moment. Ich habe was. Okay, nochmal zurück. Komm her. Sei freundlich. Wie mache ich das? Vielleicht, wenn ich einfach nur renne? Nee. Okay, wir kriegen das hin. Wir machen das ganz taktisch. Ich speichere mal direkt, wenn das Vieh kommt. So. Zwischenspeichern. Danke. Du musst weg da. Du stehst voll im Weg. Okay, nee. Ich kann da nicht rüber. Vielleicht, wenn ich hochgehe. Ja! Aha. Ich weiß, was ich zu tun habe. Zwischenspeichern. Es ist schön, wenn mal was klappt in dem Spiel. Äh, nee. So. Aha. 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 Ich habe mir jetzt aufgefallen. Ich habe die letzten Parts so wenig gesagt eigentlich im Vergleich zu sonst. Das lag einfach darin, dass ich so fasziniert war. Ich bin immer noch fasziniert von dem Spiel, aber es war halt so neu. Oh, guck mal. Ich habe mich geheilt. Ähm. Ich mache vor, wir müssen uns das merken. Ich würde so kotzen. Geil. Und jetzt kommt das, wo ich überhaupt keinen Plan habe, was wir machen müssen. Aber stellt euch mal vor, wir brauchen jetzt nicht mehr für jeden Raum einen ganzen Part. Wir haben jetzt schon zwei Räume erledigt. Und wir haben noch sechs Minuten. Ja, mehr. Etwas mehr. Acht. Och, nee. Hier waren die Slicks. Stimmt. Wie mache ich denn das? Es muss ja hier drüben... Hier sind Bomben. Das Problem ist, wie kriege ich diese Bomben weg? So geht das ja nicht, leider. Okay, nee. So treffe ich die aber auch nicht. Ich müsste einen von denen herlocken. Okay, und dann muss ich da hoch. Okay, okay. Jetzt, jetzt, jetzt. Bitte bewegt dich nicht. Bleib hier. Bleib hier. Ich manipuliere deine Seele. Ich manipuliere jetzt deine Seele. Ist mir egal. Gib mir deine Seele. Ich bin dein. Okay, ich kann die nicht. Ich guck mal. Ich geh mal vorsichtshalber gucken, ob hier noch mehr ist. Okay. Ich springe in den Tod. Ah. Ah. Ich mach mal einen Zwischenspeichern. Ah. Ich hab gewonnen. Sind hier wieder so eine Kack-Fledermäuse? Natürlich sind hier wieder... Moment, was sagt uns... Gehe langsam voran. Vielleicht muss ich einfach nur gehen. Dann lassen sie mich in Ruhe. Ich weiß es nicht. Das hat's ja vollgebracht. Moment, ich lad mal. Speichern wir nochmal direkt davor. So. Hui. Am besten hier auch nochmal. Okay. Mir fällt gerade auf, meine Nase läuft. Das finde ich jetzt nicht so geil. Okay, Zwischenspeichern. Ich hab geladen. Ah. Okay, das hab ich jetzt... Das ist nämlich dieselbe Taste. Und das macht alles nicht gerade einfacher. Es hat mich getötet. Moment, da muss ich mich hier irgendwo heilen. Kann ich mich hier heilen irgendwo? Hallo? Vögel? Okay, es kommen keine Vögel auf mich zu. Dann... Ich hab's ja beim ersten Mal aufgeschafft. Aha. Das ist ja interessant, dass ich mich hier festhalten kann. Okay. Äh, speichern. Äh, schleichen so. Was ist denn das Grüne da? Scheiße, das war eine ganz blöde Idee. Okay, laden. Hier ist zwar so ein Dings, aber... Ich weiß nicht, wie nah ich rangehen kann, bevor es mich zerstückelt. Oh, Moment. Ich hab was gesehen. Äh. Scheiße. Nein. 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 Voll in die Fresse. Das gibt's da nicht. Na los. So, jetzt aber. Yeah. Okay, einmal das. Ich bin ja gerade völlig erstaunt. Warum schleiche ich denn? Jetzt gibt es ja nichts mehr zum Schleichen. Und hier irgendwo waren Vögel. Wo sind die jetzt hin? Habe ich die getötet? Ah, nee, da kommen sie. Los, komm zu mir und halt mich. Okay, zwischenspeichern und wieder rüber. Ich hole mir mal nochmal einen Stein. Harry. Nee. Okay, Ape und der Stein. Ja, das ist super und cool. Das war auch nicht schlauer. Oh Gott, wie ich immer auf halb 8er irgendwie hänge. Okay, ja, hier, komm, greif mich an. Das ist mir egal. Zwischenspeichern. Einen Schritt nach vorne. Warten und springen. Wir haben es geschafft. Zwischenspeichern. Rolle, 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 rolle. Und, äh, Werfer. Wuhu, hallo. Jongi, dong, 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 dong. Es tut mir leid. Ich muss diese Geräusche dazu machen, sonst macht das keinen Spaß. Und das Schlimme ist, ich glaube, genau sowas müssen wir auf der anderen Welt, also in diesem anderen Gedöns auch machen. Ich habe einfach meine Federmäuse, ich habe meine Federmäuse, ich habe meine Federmäuse dezent übersehen. Oh mein Gott. Es ruckelt. Es ruckelt. Wir speichern. Ich habe, glaube ich, gespeichert. Jetzt, warum, warum, was tust du? Gut. Hier hoch. Und dadurch. Mhm. Schon bald erkannte Elb, die machte Pasteten. Sie haben mir wirklich, sie kamen wirklich wie gebeten. Pasteten. Oh nee, das sieht schon wieder so. Suche. Aus. Der. Ferne. Okay. Ich will aber nicht aus der Ferne so. Was ist hier? Aha. Hui, ich suche aus der Ferne, aber was suche ich aus der Ferne? Das hier sieht auch aus wie so eine riesige Schlange hier oben. Ich hoffe, ihr seht auch immer, wo ich bin. Denn selbst ich habe in mancher Probleme herauszufinden, wo genau ich eigentlich stecke. Okay. Hier ist nichts. Wir können hier... Aha, da sind wieder so eine Viecher. Oder soll ich mir das jetzt alles merken und mich darauf vorbereiten, was hier auf mich zukommt? Oh Gott. Da bin ich jetzt. Okay, ich gehe jetzt mal hier durch. Jetzt bin ich hier. Okay. Ich habe keine Ahnung. Da bin ich jetzt nicht im Kreis gelaufen. Ich glaube, es ist wirklich dafür, damit ich gucken kann... Nee, hä? Ich kann mal zwischenspeichern. Wie nehmen wir die hier? Das Fleisch! Wie komme ich da ran? So nicht. Vielleicht mit dem. Äh... Hier muss ich wahrscheinlich hin. Was ist mit dem? Das bringt mich wieder hierher. Ich fühle mich nicht wohl. Oh nein. Ah! Ah! Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein! Was? Möchtet ruhig. Ich habe euch nichts getan. Ich sehe auch gar nicht appetitlich aus. Oh Gott. Das werden immer mehr. Ich möchte das nicht. Ich verlange Entschädigungen. Oh Gott. Ich glaube, ich sollte mir das alles... Ah! Ah! Okay, ich glaube, das dahinten ist einfach nur, damit ich ungefähr weiß, was mich erwartet. Wir versuchen es nochmal. Jetzt müssen wir schnell sein. Lalalala. Okay. Hier haben wir Ruhe. Dann einmal umdrehen. Rennen, 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 rennen. Springen. Runterfallen. Rennen, 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 rennen. Springen. Oh Gott. Zwischenspeichern. Hoch. Hoch. Rüber. Hoch. Oh Gott. Ich habe Angst. Nein. Tralala. Schalala. Hast mich doch in Frieden. Ich habe euch doch gar nichts getan. Noch nicht. Also irgendwie verlange ich eine Entschädigung dafür, dass ich die Fische retten muss. Ich habe Fleisch gefunden. Okay, wir haben jetzt Fleisch. Hoi. Oh Gott. Das will... Da. Nimmt. Tschüss. Die Paramites würden sein Fleisch verbrennen. Es ist zu spät. Für was? Ich kann das auch so schnell mal gar nicht lese. Die Ansicht hasse ich gerade voll, ne? Okay, ich denke mal, ich muss die hoch. Ich finde aber diese Spinnenwebengedöns im Hintergrund ganz cool. Obwohl ich ja Spinnen gar nicht mag, aber... Ah. Ah. Wow. Wow. Sollen wir speichern. Dann gehen wir mal hier rein. Okay. Ich hab zwischengespeichert. Huh. Ja, ähm. Dann kann ich wenigstens mal gucken. Okay, hier ist nichts. Hui. Aber das Spiel ist echt, also, ey. Unfassbar. Ist hier noch mehr? Wir gehen mal hier rein erstmal. Okay, geht nicht. Dann gehen wir hier rein. Kann ich jetzt was Neues? Kann ich die vielleicht jetzt, äh, Gedingstern? So, aber ich sehe gerade, unsere Zeit ist um. Ich hab nochmal zwischenspeichert. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.